Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz von Ludkia. Heute der Prostituiertenwitz 22. Moins, sind wir weit. Der 22. Tag mit Nuttenwitz. Hallo liebe Leute, Grüße zum Prostituiertenwitz 22 und zwar ist der von Jan Tava. Und Grüße gehen von Ihnen an Per Lachs Eis und den Saarfürst. Der hat mir den Witz über E-Mail geschickt, könnt ihr auch. Und dann könnt ihr noch zwei von euch grüßen. Und Moment. Prostituiertenwitz 22. Wie nennt man eine Prostituierte, die sich immer im Kreise dreht? Eine Prostituierte. Eine Prostituierte. Und Erklärung. Prostituierte sind ja so Männer und Frauen gegen Geld mit anderen Sex machen. Und eine Prostituierte, die sich im Kreise dreht, ist eine Prostituierte. Also rotieren ist ja sich im Kreise drehen. Rotierte. Und dann eine Prostituierte. Die sich im Kreise dreht. Im Kreise rotiert. Gut. Okay. Ciao, ciao. Bitte. Abonnieren. Gut.